Die 7 von mir, wenn ihr es dann jetzt irgendwann später anschaut, ist es wahrscheinlich nicht mehr geworden. Aber ja, ich bin besser verloren, weil die so für mich nicht zu lachen, Talent. Man muss ja auch dieses Movie-Challenge machen. Ich habe gesehen, euch auf jeden Fall gefragt, was für lebenswürdig hineingehen soll. Ja, ich bin natürlich ganz viel. Ich habe es schon gesehen, dass ich mir ein kleineres Mal hineingehene. Ich habe es schon, dass eben auch so viele kleine Zettelchen geschrieben, in meinen Haufen hineingehene, wenn ich jetzt gleich ziehe, als extra, damit es noch ein bisschen spannender wird, habe ich noch 6 extra Kärtchen dazu gelegt, weil es dort viel draufsteht. Deswegen, wenn ich so eine Kärtchen ziehe, muss ich mit dem Hauffolge-Vonlebensmittel, was ich dann auch gezogen habe, es drauf viel, viel angeben. Und dann würde ich sagen, ich kann mir das hier auch so ein bisschen so anrufen. Die Kärtchen sind jetzt gut. Viel. Mehl. Das fängt ja gleich mal gut an hier. Super. Fusilaga. So, und ziehen wir mal weiter. Ketchup. Ja, das ist meine Super-Kombi, hat eine ganz tolle gemacht hier. Das ist ja auch unglaublich, ne? Sojasauce. Pfeffer. Mandarine. Mandarine. Das ist sicher auch ganz toll mit Ketchup und so weiter. Im Keller. Gut, so mache ich jetzt. Jetzt geht es uns mit dir. Und er hat noch Zeit gesagt. Ich habe jetzt die ganzen Zutaten hier. Hier ist das Gefäß. Da ist mein Mix-Stab. Und damit denke ich, dass es gleich alles weiter zusammenmixen. Ich nehme hier ab. So, dann geben wir mal ein erstes. Das hier ist meine Sojasauce. Das ist die Sojasauce. Sojasauce. Meine Couch. Das war jetzt mein Zutaten. Das ist alles so kreativ. Und dann machen wir mal ein. Das war's für heute. Es wird hier schlecht jetzt. Jetzt kommt das Meer. Hier ist eine leckere Margarina. Lenguin. Komm, wir machen eine halbe Margarina hier rein. Unser Meer hat sich erfüllen. Das weiß ich nicht. Und wir kommen noch ein bisschen zu oben. War echt lecker. Oder? Hä? Weh. Jetzt ist alles noch ein bisschen zu füßen. Ich gebe es mal ein bisschen Wasser. Und jetzt werde ich das mal ein bisschen mixen. Er hat das Nutella vergessen. Das war sehr streng. Das war sehr streng. Ich habe das Nutella vergessen. Ich habe das Nutella vergessen. So, ich hatte jetzt das Nutella vergessen. Und jetzt ist das ein bisschen mehr. So, dann beginne ich mal wieder zu mixen. 2000 Jahre später Oh Gott Ach du Scheiße Ach du neuer fucking Scheiße Okay Ich mach das Er macht das Das ist ja super It was at this moment that he knew He fucked up He He Da hat Gossi sich totgekost Das Gossi So will we ihn immer nennen He 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 Ich mach diese Challenge nie wieder. Möchtest du mal halt? Dann lasst einen Daumen nach oben da und dann einen Daumen nach unten da und... Ciao!